Ist das ein Pfeil? Guck mal, das liegt... Halt, stopp! Halt, stopp! Da liegt ne gestreifte Skimaske. Oh Gott. Ich will meinen Helm nicht ausziehen, ich hab Angst, dass ich ihn nicht mehr krieg. Ach komm. No risk, no fun. So, jetzt wieder. So. Kann ich jetzt noch... Kann ich jetzt noch nen Helm aufziehen? Da... Geil. Wie schön. Was liegt hier? Green Holy. Ja, ich möchte schon gerne meine... Dings behalten. Ich geh mal ein Häuschen weiter. In der Hütte. Impact. 2. Verbindung. Ach, was ist das ne Flasche und ne Brille? Kann ich die auch aufziehen? Du bist nur jetzt hin. Ja, da ist so ein kleiner Schuppen, da bin ich rein. Was ist das hier? Taschenlampe. Das ist das erste Mal, dass ich ne Taschenlampe finde. Die ich nicht selbst am Anfang gehabt hätte. Ja, die haben wir ja auch nicht mehr. Die gibt's ja nicht mehr. Willst du die Flasche mitnehmen? Ich nehm die Flasche auch noch mit. Nö. Aber ich tu die gerade mal entleeren. Empty Gessel. Ich geh weiter zu tanken. Weil sonst denke ich nachher noch... Oh, guck mal was zu trinken. Gluck, 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 gluck. Oh, ist mir schlecht. Dann bist du nicht mehr healthy. Vielleicht findet man hier noch ein Kanister mit Benzin. Mit Bärenzino. Ich hab grad irgendwie was gehört. Ich weiß aber nicht was. Also wie? Ein Kanister mit Benzin. Eigentlich müsstest du ja auch die Flasche mit Benzin befüllen können, oder? Ja, ist schön. Wie? Oh, hier sind... Was ist das? Red Bandana Cap. Könnte ich das aufziehen? Nein. Was liegt hier? Schuhe. Ich hab ein bisschen Angst hier an der Umgebung. Ah, jetzt kommt dein Gefühl wieder hier ran, hm? Aber man kann mit den Dingern hier nix machen, ne? Hm. Weiß ich nicht. Nee. Hier liegt's noch. Püpsi. Jede Menge Getränke liegen hier rum. So, dann gucken wir doch mal. Äh... Mir sollt's hier Autos geben. Mir sollt's ja eigentlich alles geben. Everything. Everything I do, I do it for you. Ah... Ah... Bist du gerührt, ne? Ja, Wahnsinn. Schon fast zu Tränen. Ah... Da liegt ein Rohr. Ich krieg nur... Ich krieg nur Rohr. Achso, das sind nur diese... Figuren wieder. Matroschka. Genau, diese Dinger. Glaub ich. Heißen die. Was ist das? Ein Messer. Ein Messer. Nehmen wir mal das mit. So, wo soll's hier das Auto geben? Da vorne an der Kreuz. I'm on my way to you. Ich springe. Ich springe. Ich springe. Ich springe. Horst. Das liegt ja auf der Straße. Ne, ne Jacke oder sowas. Hm, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Könnte ne Falle sein. Könnte ne Falle sein. Könnte ne Falle sein. Ich wollte gerade sagen, du läufst bei mir gegen den Zaun. Der wollte nicht springen. Äh, hier, weil die Strahl... Ja, hier soll's ein Auto geben. Da oben? Ja. Hä? Jaaah. Hier gibt's aber einen Haufen Scheide. Einen Brunnen gibt's hier. Toll. Nice. Ich geh mal hier in die Papp rein. Geh mal noch weiter nach hinten. Vielleicht haben sie es hier irgendwo versteckt, das Auto. Möglich ist es. Kann ja sein. Geh um die Ecke. Ich seh kein Auto. Was ist da? Was ist da? Ten... Tactical Shirt. Ten... Tactical... Tentacle Shirt. Für den Oktopus von heute. Nein, also taktisch. die Tactical Brake nur halt... als Shirt-Format. Hier ist kein Auto. Hier im Haus ist auch nicht so geiles Zeug, du. Geh mal noch ein bisschen weiter die Straße runter. Nee... Halt. Ich will mitkommen. Ich hab Angst allein. Wo bist du jetzt hin? Die Straße runter. Also wieder zurück auf die Hauptstraße und dann... Achso. Ich hab ein Auto gefunden. Ich hab ein Auto gefunden. Nein, das ist kein Auto. Das ist so ein verflucht. Kack. Anhänger. Mann. Für Baustellen. Wohnwagen. Ja. Oder so ein Toiletten... Toiletten... Toiletten mit... Toiletten. Ein Toilettenhäuschen auf Veranstaltungen und so. Ja. Stinken immer. Stadtfest. Oh, guck mal, hier ist ein Scheißhaus. Wo wir es gerade davon hatten, ne? Ja. Ich geh mal hier in den Shop. Shop? Oh, der Shop. Hey, schweb, schweb. Shop mit einer Schippe. Wow. Schippe. Heugabel. Wow. Da ist er. Eine Axt. So viele Heugabeln, ey. Aber die Axt, die nehme ich schon mal mit. Oder was ist das? Ist das eine Ho? Ach, das ist eine Ho. Ho. Ah, da ist die Axt. Kann ich das mitnehmen? Dann sollst du aber bitte die Sticks... Oder kannst du die nicht... Alter, was ist denn hier mit? Long Wooden Stick. Kann ich das nicht noch verkleinern? Nee. Nee, warte. Wo hab ich den denn her? Polizeistation. Hey. 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 Ach, das ist so, ne? Ein Hatchet ist das. Brauch schnellen. Hatchet & Clank. Das ist so eine kleine Axt, ist das. Und die kann man sich nicht auf den Rücken schnallen. Hier liegt wieder jede Menge Kram. Wer are you? In der Polizeistation. Hä? Diese Reaktion hab ich jetzt nicht gerechnet. I'll come to you. Ich glaube hier ist nichts mehr. Because the door was open. All the doors are open. There is extreme much English today. For international guests. Viewers. 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 Viewers of love. The power of love. The force from the oboe. From oboe. Hier ist nicht. Hier ist nur ne... Hier war garantiert jemand. Hier liegt nämlich ne Jacke rum. In der Jacke ist ein Wut. From oboe. Die Knie nicht mal hin, Depp. Nö, hier ist nisch. Mr. Turtle geht wieder Nüsse. Ah. Vielleicht sehe ich ja von hier das Auto. Wo? Hä? Ich glaub mir hier unten stehen. Da ist ne Kirche. Hast du das? Ja. Das ist Mr. Turtle. Das ist ja verrückt. Blup. Ne. Da löst das Klebeband ab. Der Horst. So. Ich lauf mal rechts rum. Ja, ich komm hinterher. Jetzt hat er keine Lust mehr. Ne. Ne. Klebeband. Ne. If you have any questions, feel free to join our community team speak. Wer are the fucking cars? The cars are gohne. The effen cars. I want to drive a car. I want to give back the battery. Hallo. You have erschrockt. Erschreckt me. I have erschrockt you. Ja. Und nicht hinlegen. Aufstehen. Nimm mal den hier. In Gerichino. Ja, 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 ja. Hallo. Hallo. Nix hier, oder wat? Ein Hockey-Schläger. Ein Hockey-Schläger. Ich hab überhaupt keine Nachkampfwaffe. Achso. Müssen wir nicht in die andere Richtung, um zum R4 zu kommen? Ich wollte noch schnell nach Autos gucken. Achso. Achso. Aber dann müssen wir, ja, in die andere Richtung. Da ist nämlich die Flugschneise, wo wir schon öfters mal lang gegangen sind. Die Flugschneise. So, ich guck mal an hier noch im Haus drinnen. Und dann kannst du mir berichten, ob da wat findest. Ne. Also, ich find nix. Rasputin Quas. Ach, die Geistlichen von heute. Kein Geld mehr für Autos. Ah, was ist da? Mützchen. Mann, ich will ein Bandana zum Umbinden, ey. Also, für... In front of my face. Face? Face. In front of my face. Hm. Jetzt hab ich jetzt jemanden gesört. Nö, ich glaub hier gibt's auch keine Autos. Keine Autos? Ne. Schade. Da bist du ja. Hoffe ich doch. Ich stehe grad und drehe mich. Da bist du. Jo. So. Ist es mir erfielte, oder wat? Ja, sicher. Ja, sicher. Schade hart. Aber geh mal am besten die hinten rum. Dass sich die Batterie endlich mal los wird. Entweder durch Tod oder durch, äh... Auto. Ja, ich denke auch mehr. Obwohl, auf dem Airfield könnte man natürlich auch ein Auto finden, ne? Mhm. 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 Oder eins stehlen. Baaah! Aber vorher ist die Leute um. Oder nur ausknocken und dann wegfahren. Drive-by machen. Ja, es ist Auto klauen, wenn sie sie dann hinterher wollen. Einfach umdrehen und sie erschießen. Genau. Und oder überfahren. Nur hier. Klamotten. Klamotten! Da brauchen wir nix von. So. Wer ist der Flugschneide? Der erste Flugschneide. Der erste Flugschneide. Seid vom hier. I follow you, äh, on your footsteps. On your footsteps. Wir laufen. Wir laufen aber durch den Wald. Ne? Ja, ja. Sicher. Ich lauf doch nicht da durch die Schneise durch. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Wollte nur sagen, ne? Da ist ein Danke. So. Da oben sehe ich nämlich schon einen Ausguck. Wir schön in die Sonne reinlaufen, natürlich. Ich glaube es ist besser, wenn wir näher an den Bäumen langlaufen. Ich höre schon wieder Tauben. Ja, die gibt's hier häufig. Oh Mann, sieht's hier nicht. Nein. Hier Act X Melodie einspielen. Ein Fall für Galileo Mystery. Also. Wohin sind die Tauben versprungen? Ich hab ein bisschen Angst. Ach. Sind doch außer uns nur gefühlte 20 Leute da. Meinst du, sie sind am Airfield? Mhm. 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 Dein Gefühl war eigentlich ja immer ganz gut. Mhm. Oh. Lauf doch mal weile. 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 Wie viel Bier hast du bislang? Ne halbes, glaub ich. Ne halbes. Ne, zwei Drittel. Ich hoffe mal nur, der nimmt die ganze Audiospur hier jetzt auch so richtig, so tonmäßig. Warum denn nicht? Ja, weiß ich nicht. Keine Lust mehr. Du kannst mir am Arsch lecken. Du kannst mir am Arsch lecken. Na? Ach du leust doch. Ah. Dankeschön. Mr. Turtle hat's Licht ausgemacht. Was der nicht alles kann. Ja. Ah hier ist der Zaun offen. Das wunderbar. Am Ausguck sehe ich niemanden. Das ist... Nice.